So, hier ist jetzt dann die Tauchschule im Club Magic Life Kalawi, wo sich getroffen wird, besprochen wird, ja, Kurse abgehalten werden, wo die Flaschen aufgefüllt werden. Also wirklich ganz, ganz toll. Also der Club ist einfach nur, ja, super, super schön. Hier ist das Ganze dann nochmal in verschiedenen Zonen aufgeteilt. Einmal in selbstständige Taucher, dann in das Hausriff hier. Und ja, hier wird einem geholfen bei allen Fragen. Und hier ist auch noch das Katzenhaus, ist hier vorne im Magic Life, wo die Kids ganz verrückt drauf sind, Katzen zu streicheln hier. Dann ist hier auch gleich die Quad-Station, wo man sich Quad ausleihen kann und hier einfach, ja, durch die Gegend düsen kann mit dem Quad.